Spargel ist ein empfindliches Gemüse. Wie wir das volle Aroma auf den Teller bekommen, das zeige ich euch heute. Wir machen nämlich Spargel aus dem Ofen. Dafür habe ich Alufolie vorbereitet und wir fangen an, den Spargel direkt darauf anzurichten. Wir nehmen acht bis zehn dünne Stangen, dünn in dem Fall ein bis anderthalb Zentimeter. Den Spargel habe ich bereits geschält sowie die holzigen Enden abgeschnitten. Ich gebe ein Stück Butter auf unseren Spargel, eine gute Prise Salz sowie weißen Zucker. Ihr könnt aber genauso gut Rohrzucker verwenden, je nach Geschmack. Die Seiten hochlegen. Und das kleine Päckchen nicht zu fest verschließen. Oben nur ein bisschen umklappen und mit der zweiten Schicht gleich hinterher die Seiten hochbiegen, damit wirklich keine Flüssigkeit auslaufen kann. Ich habe den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und das Päckchen können wir direkt aufs Rost legen für 40 bis 50 Minuten. So, unser Spargel war lang genug im Ofen. Wir machen einmal die Garprobe. Dafür müssen wir ihn gar nicht auspacken. Einfach vorsichtig biegen. Wenn der Spargel sich biegen lässt oder ein bisschen nachgibt, dann ist es auf jeden Fall soweit. Der Spargel war jetzt 45 Minuten im Ofen und wir können unsere Päckchen auspacken. Duftet wahnsinnig intensiv, weil der Spargel im eigenen Saft gegart ist. Und dann würde ich sagen, ab auf den Teller damit. Hier sehen wir auch nochmal die Flüssigkeit, in der der Spargel gegart ist. Wer möchte, kann davon auch gerne ein bisschen was über seinen Spargel drüber geben. Dann haben wir noch die sogenannte Nussbutter, also gebräunte Butter, einmal durch ein Tuch oder ein Passiertuch gegossen. Schönen nussigen Geschmack hat. Über unseren Spargel drüber geben. Dazu natürlich ein Glas Weißwein. Das gehört zum Spargel einfach dazu. Ich wünsche euch guten Appetit.